Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play. Ja genau. Warum mache ich das eigentlich in jedem Part? Egal. Ja, so jetzt höre ich mich auch endlich wieder selber. Und wir starten das Spiel. Wir waren in The Hospital. Ach genau, jetzt geht's wieder. The Hospital. Da wollten wir gerade den Endboss. Ja, da waren wir dabei den Endboss zu besiegen. Das dauert wahrscheinlich wieder etwas viel länger. Schreibt mir mal in die Comments, ob ich auch versuchen soll, Dark World und alle Bandagen und so halt 100% zu machen. Nein. Ich bin so ein Dummel. Ich bin... Ich bin... Ohhhhhhhhhh Ähm, ich weiß grad nicht so... Also, Kahn ist heute nicht da. Ach, alter was. Das hat man gesehen, dass das... Warum lag das denn auf einmal so? Warum? Also, Kahn ist heute nicht da. Ja. Hm. Und, wann geht's jetzt endlich weiter? Wann kann ich wieder verkacken? Ja. 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 Und wir haben das geschafft. Ja. Wir haben die zweite Welt. Es war die zweite Welt endlich durch. Endlich nach 5000 Parts. Ähm. Entschuldigung. Ja. Ja. Und jetzt haben wir's geschafft. nicht. Zwar nicht das Spiel, aber für meinen Geist wesentlich mehr. Nicht. Ach, wie süß. Putsig. Da ist Dr. Fetus. Oh, knutschig, knutschig. Schön. Oh, wie süß. Oh, das hättest du nicht tun sollen, Meatball. Egal. Das ist böse. Ja, genau. Warum leckt das so? Komischerweise leckt es heute bei mir ausgesprochen viel. Ah, musste eben Skype beenden. Und wir sind in The Soul Factory. Oh, die würde ich am liebsten auch überspringen. The Factory. Ja. Boah, warum komme ich jetzt immer auf diese Tasten? Das ist doch unfair. Ach, wie boy. Salz tut mir weh. Weil Fleisch und Salz, ne? Kennt man ja so. Nein! So, das krieg ich jetzt aber A plus hin, ne? Moment, 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 Moment. Was ist da? Ja, das ist eine Bandage. Da gehen wir hin. Weil, keine Ahnung, ich nehm die jetzt einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob ich... Na, ich glaub, die krieg ich nicht. Ich lasse doch. Schnellum entschieden. Ey. Was soll das? Was soll das? Könnt ihr mir das mal sagen? Ich komm hier nicht drüber. Und mein Bein juckt. Und wie soll man das hier schon wieder schaffen? Ich renne auch direkt rein. Ich bin der Schlauste aller Schlauen. Müsst ihr wissen. Boah, wisst ihr was? Ey, das Level geht mir so auf Nerv, ne? Ja. Aber war mal wieder klar. Wow. Jo, A plus noch hingekriegt. Was ist... Okay, da ist ne Bandage. Die Säfels sind ja so gemacht, dass man mit Bandagen A plus kriegen kann, ne? Ich versuche einfach mal immer A plus. Ne. Alter. Wow. Boah, ey. Das ist ja... Schlimm ist das. Ich bin so schlecht, ne? Ja. Na ja, wenigstens habe ich... Ich muss mir ein Gamepad zulegen. Das kann ich euch ja nicht zumuten. Nein! Boah. Dann stirbt er auch noch, ey. Was hat der eigentlich getrunken? Salz, ey. Steht doch von allem, was da im Spiel vorkommt, ne? Echt, ey. Ich hasse Bösewichte, die Level aufbauen. Ich hasse es. Und warum kriege ich das jetzt nicht mehr hin? Warum nur? Ich kriege es nicht mehr hin? Es geht nicht mehr. Warum ist das aus meiner Biere raus, ey? Ja. Ich kratze einfach nur noch ab, ey. Boah. Eben in Videos hat es doch... Hey, Moment mal. Ich habe das gar nicht geguckt. Die Bilder bei Steam und das Video sahen doch auch nicht so schwer aus. Nein. Echt, ey. Nein! Mann! Kann der das einmal machen? Boah. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Im zweiten Level hänge ich fest. Im zweiten... Verarschung, ey. Timer auch noch abgelaufen. Ja. Gut. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Part von Super Meat Boy. Ich muss mich noch euch 팰�ern sehen. Ja, irredub dr